Willkommen zu meinen Wien Tipps. Ab heute, das ist der 29. Februar 2020, kann man sich für den österreichischen Frauenlauf am 17. Mai anmelden. Und das ist eine Veranstaltung, die ich echt empfehlen möchte. Ich habe auch schon ein paar Mal teilgenommen. Es ist eine sehr große Veranstaltung mit über 30.000, ich glaube sogar fast 35.000 Teilnehmerinnen. Es gibt seit 33 Jahren, findet heuer zum 33. Mal statt. Und es gibt verschiedene Bewerbe. Es gibt fünf Kilometer laufen, zehn Kilometer laufen und fünf Kilometer Nordic Walking. Und die Strecke ist eben. Also es findet im Prater statt, auf der Prater Hauptallee. Und ja, sehr angenehme Strecke. Bei dem zehn Kilometer laufen, da geht dann ein kleines Stück durch den Wurstelprater. Das ist zwar ganz nett, aber es ist dann beim Laufen doch nicht so angenehm, weil es ist oft sehr heiß und ja, in der prallen Sonne, am Beton mit den komischen Gerüchen von alten Fett und Musik. Und ja, es ist nicht, meistens nicht so angenehm gewesen. Aber es gibt viel Musik an der Strecke. Und ja, es nehmen auch viele Frauen aus ganz Österreich teil, auch aus dem Ausland. Ich habe mal gelesen aus 90 Nationen. Und teilweise reisen sie extra auch noch für den Frauenlauf. Wir sind auch einmal organisiert vom österreichischen Frauenlauf nach Bratislava gefahren für die dortige Frauenlaufveranstaltung. Das war auch sehr nett. Und ja, es ist ein richtiges Ereignis mit ja eben viel Musik und vielen Leuten, vielen anfeuern. Und das Nenngeld kostet 41 Euro. Es ist relativ teuer, aber man bekommt immer auch ein sehr schönes Funktionslauf T-Shirt. Und bis 15. März kostet es eben 41 Euro. Dann wird es im Moment ein paar Euro teurer. Ja, ich glaube, das war schon alles, was ich sagen wollte. Also wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal daran teilgenommen. Meistens die 10 Kilometer. Bin aber sehr langsam unterwegs. Also mein letztes Jahr war fast schon 80 Minuten für die 10 Kilometer. Aber ich finde einfach die Stimmung sehr, sehr angenehm und leider ist manchmal schon recht heiß im Mai. Aber ja, trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und dann